Musik Im Buch des Balthasar steht geschrieben Der Krieg ist das Leben Und das Leben ist kurz Dann kommt der Tod Aber es ist nicht der Tod, der anderen Leben einhaucht Und es ist nicht das Leben, wenn man sich kein Risiko einzugehen traut Die Welt ist Verlust und Trauer Und Glaube Und Hoffnung Dann nehmt euch ein Herz und zieht wieder in den ewigen Krieg Denn es mag sein, dass der Tod nicht das Ende ist Aber womöglich das Ende des Anfangs Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020